Dankeschön. Wie Sie hören, der Christoph Strahlen ist so ein fantastischer Cellist, wir wollten auch etwas mit ihm zusammen spielen und es gibt so viele schöne Stücke für Klaviertrio und deswegen spielen wir etwas für Streichquartett. Das ist Opus 76 von Josef Haydn Poco Adagio. Schadenfreude. Ja, Schadenfreude. Tut mir leid, ich muss das... Okay, spiel es einfach. Spiel es einfach. Oh Gott, was ist los hier? Es ist alles kaputt. Es gibt ein Problem mit Klavier. Spiel einfach, spiel. Es gibt ein Problem mit Klavier. Ihr Interesse. Es gibt ein Problem mit Klavier. Genau, es gibt ein Problem. Es gibt ein Problem mit Klavier. Ich muss keine Klavier. Ja, ich muss nicht mehr Klavier machen. Ich muss keine Klavier. Ich bin dann Teil des Klavier. Ich muss nicht mehrОt הisch, Ich muss nicht mehr schlafen. Applaus Applaus